Innovative Entwicklungen, hervorragende Produktqualität, Anwenderzufriedenheit und internationale Ausrichtung sind Unternehmensziele der Wert Messtechnik GmbH, die auch beim privaten Messeunternehmen Schall oberste Priorität haben. Es ist mir eine besondere Freude, der Firma Schall zum 60. Unternehmensjubiläum zu gratulieren. Wert Messtechnik wünscht Ihnen für die Zukunft viel Erfolg. Mit der Messe Control haben Paul-Eberhard Schall und seine Frau Bettina die wohl wichtigste Plattform für den Informationsaustausch in der Messtechnikbranche geschaffen. Die Control ist als Weltleitmesse der einzige Allrounder für die industrielle Qualitätssicherung. Die persönlichen Gespräche zwischen Herstellern und Anwendern bilden die Grundlage nicht nur für die konkrete Zusammenarbeit, sondern auch für die Wirtschaftsentwicklung in der Region oder darüber hinaus. Zur Control werden jedes Jahr Weltpremieren exklusiv präsentiert und Neuheiten werden speziell auf diesen wichtigen Messetermin hin entwickelt. Unter den auf der Control erstmals vorgestellten Neuheiten waren zum Beispiel im Jahr 1987 das erste Multisensor-Koordinatenmessgerät mit Bildverarbeitung und Laser und später, Anfang der 90er Jahre, der erste Video-Check mit Bildverarbeitung auf PC-Basis. 1998 haben wir ebenfalls auf der Control den wohl heute am stärksten verbreiteten Mikrotaster der Welt vorgestellt, den Wert Fasertaster. Oder im Jahr 2005 das erste für die Koordinatenmesstechnik entwickelte Gerät mit Computertomographie, das Wert Tomoskop. Hier der moderne Nachfolger. Qualitätssicherung ist ein permanenter Prozess und die Control präsentiert auch 2023 wieder Technologien von außergewöhnlicher Wertigkeit. Wir bereiten uns vor, auch im Frühjahr 2023 auf der Control wieder Trends im Bereich Koordinatenmesstechnik mit Optik, Computertomographie und Multisensorik zu setzen. Hier sehen wir ein Gerät aus der Baureihe Tomoskop XS. In dieser Richtung werden wir uns auch im nächsten Jahr weiterentwickeln. Let's take the next level quality assurance.